Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich hausen hier 90 und 25 hat irgendwo vorbeikommen was verkaufen kann können wir gerne mal halten da oben geht es hier wo wir die quest gleich abgeben kann was verkaufen bei diesem hotel oder was das sein soll alter wer ballert denn da was ist denn los guck mal hier franz die molekte vor uns vor dem auto nicht hinter dem auto ach so ich guck gerade nach hinten ich merke das gar nicht vor uns ich guck genau nach vorne die schweinebriester hier sind wieder gespawnt ach so die hatten wir doch erst zerstört die assis ok jetzt let's do it dude let's do it da ist ja ein blauer ach so ok streng wir erstmal aus recht ich geh mal die kuh stopp ah hier kann man werfen ich hab sie du brauchst sie ich suche immer noch einen fetten granaten mod ich hab mir der lilith eine richtig geile das hab ich ja schon erzählt ne man schmeißt die granate dann fliegen weil wir sich acht granaten raus und aus denen fliegen nochmal jeweils welche raus das ist pervers machte und überall explodiert alles und da geht echt alles darum was da drin steht oh my bagage aber instant sag ich da instant was für eine mod habe ich hier ach hier habe ich diese mit diesem elektro schaden ach ich weiß gar nicht gut was kann man was gibt es denn hier so zum kaffel 3 3 nur scheiße ok so wie sieht so aus eine eine verdammt gelungene Rettung wie viel Blattschatz Stronghold Rette Roland ich denke das ist ich habe noch eine Anpassung nach einem neuen Skin freigeschaltet ja machen wir das hier ist keine Quest aktiviert Rette ja Rette Roland genau machen wir es gerade da aber ich habe mir hier noch eine Belohnung aussuchen dann nehme ich natürlich die mit mehr Wert 144 Dollar und verkauft die direkt die wir schon hier sind so ich will mal ich will endlich wieder ich will wieder in Skillpunkt haben ich will mich auf Skillern also wird das in halbem Idee weil du ja ich auch ich auch es dauert aber das ist immer immer ein gutes Gefühl wenn da steht aufgestiegen dann wissen wir Bescheid ich boah okay hupen 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 inde hupen hupen her hupen krass ッ wir sind hier voll am arsch das geschützt auf jeden fall zieht uns ab aber das kann man vielleicht um machen was um ich mache es um halte ich lade erst mal nach ich idiot genau kill den mal was sind der pistol gerade schnauze piste dabei geschützt weg er hat sich das weg aber das auto auch denn sie lief gesprengt gut machte sie wollen sehen und das auto das so aussieht wie den jahr er muss ich hier wahrscheinlich kommen erne müssen wir müssen es abholen alles abholen sprich mit erlie bitte uli spritin sprich mit der uli was sind das hier wenn man hat das ist sogar nicht das ist ja immer anders ich habe so eine fette grüne mit wie so eine maschinengehen alter wie geil kleppte waren wir schon lange nicht mehr gesehen wir vermissen ihn schon sehr aber der arme kleine franz geil oh schrott platz sieht richtig geil aus hier das erinnert mich wirklich jetzt extrem an äh an einser ausgezeichnet ist es diese fette ich würde dich kühlen sollen als ich die schaust dazu hatte sorry wie bitte du musst lauter schrecken alter ist das für ein klotz hohohohoho he he das war super hohohohoho oh mein gott was für ein gerät alter was für eine wucht das ist eine mugel die kugel alter aber auch ein herz auf der brust also das ist jetzt die sommer für diese folge die muss die muss doch bein stabilisatoren haben damit sie überhaupt so stehen können alter okay labern wir die mal an die alt ich bin elli mein bruder scooter sagte schon dass du kommst ich krieg hier nicht oft besuch schon gar nicht zu hübschen du willst dein kumpel roland aus dem damm retten was du wirst die blatschatz garantiert täuschen wenn du mit so einem spezialtruck von denen aufkreuzt ich hab da drüben einen den ich mit seinem fahrer verschrottet hab mein fehler naja ich hab ein ganz normales gefährt in der werkstatt und die meisten teile die wir brauchen das müssen wir nur mit ein bisschen mehr banditenteke aufmotzen zarten blut schädel und so du könntest dir so ein zeug wahrscheinlich von den banditenpatrouillen hier besorgen okay okay guck mal da ist auch noch was mein gott so viele quest ziele und doch mal eine quest wir müssen hier hoch wahrscheinlich so wie es aussieht ah guck mal hier ist meine lieblings tante na die moxie die alte ich bin in gefahr man meine kumpel haben mich aus ihrem koptertrupp geschmissen und jetzt feiern sie mit einer runde psychokopfvolleyball klau ihnen die bälle und verbrenn ihr netz ja wo ist unser auto junge hier ist unser auto da draußen fahren schon andere autos du musst ein paar banditenkarren hochjagen und dir den banditenziehrad von den wracks holen und ärgere dich nicht wenn sie fluchen mach dann nur noch mehr spaß hier umzulegen da fahren sie rum aber warte ich schrecke kurz die richtige quest ein so machen wir sie fertig ja ach shit habe ich dir keine raketen da doch ah ok aber übrigens ich hab meine catch-or-ride station wieder zum laufen gekriegt schwing deinen hintern in meine dort stein geh hotel näher boah die sind auch was down ja der ist schon extrem geschwächt das dauert eigentlich das mal lang oh wo ist denn das mal alter ok weg boah was ist denn das schon wieder komm zu diese grafikdinger das erinnert mich an Assassin's Creed die anfangsszene stimmt aha ich depp drück anstatt auf F drück ich auf E und ich so cool bin jung wo sind sie denn ja wohl auf wo sind sie denn ja wohl auf was ist denn da oben siehst du das da oben alter ja Junge der greift er uns an mach dich fettig jung kannst du den treffen mit deinem oder kannst du kannst du ganz schwierig ich versuch die ganze Zeit gleich sehen ja du hei Motherfuck 5 Dollars ein Thema gerade möchte den Sitz tauschen dringend sich C um anzunehmen ne läuft ich hab äh ich drück das andauernd aus Versehen oh nochmal so'n Ding ja aber das brauchen wir eigentlich nicht oder? ja wir brauchen die Dinger gar nicht fahr mal zum Ziel fahr mal zum Ziel oder ist das die Tante die Ersatzteil einfach auch ne das ist das nicht das Ziel das ist die Mitte glaube ich ah ne ich fahr mal zum Ziel hin erst recht das ist vielleicht ne gute Idee wir transportieren eine wertvolle Fracht für Papa Hodank und ich lasse mich nicht nochmal ausrauben oh eine wertvolle Fracht vielleicht sogar Weapons für uns oder sowas wir nehmen wir dann erst recht aus ha ist ja auch nix aber die Mitte hat sich wieder verschoben ja hier ah hier ist die Karawane hier werden wir jetzt natürlich direkt so fest sind da ist die Karawane rechts von uns oh die fissen uns die fissen uns wir müssen gleich aussteigen wenns zu arg wird ja es wird nicht zu arg oh ich bin down ich kann keinen Schaden machen kannst du mich aufheben? ah ok ich bin schon hin ich bin schon hin boah ging das schnell wir müssen die Karawane kriegen Scheiße die kriegen wir natürlich das fährt schneller als ich auch rennen kann ich komm mit nem neuen Auto gleich der fährt eh in deine Richtung quasi ich seh das war nicht mal so schlecht wo ist denn jetzt wo kann ich denn hier bitte schon Autos machen ah hier ich mach dir jetzt mal Uzi dran ok ist vielleicht besser ja wegen Zielen ich komm ok ok weiter ist der hier hier ist er lang gefahren da vorne ist er genau da er geht gar nicht kaputt ey ach warte mal wir müssen wahrscheinlich drauf springen lass den Kleinen mal kaputt machen ich raub ihn aus ok ja hold me the buckle free da ist ein Copter gyrocopter was hat der alter vergewaltigender vergewaltiger was hat der da dabei ey Waffen wie ich es vermutet habe eine Waffe aber eine ultra fette warte mal ich packe die gleich mal aus was ist das ne Pump oder was ne Raketenwerfer oder sowas ich guck gleich mal ich kann nur grad nicht weil der Helium mich runter schießt ok warte jetzt kann ich mal gucken was der Van fährt weg ja wir keine Ahnung wir haben ihn ausgeraubt warte mal hier was ist das denn ich mach dafür grab mal diese diesen blöden Granatenwerfer weg das ist das die Waffe macht 418 mal 3 Schaden what was für eine reload time wo kann man wo kann man alter ok noch 7 Schuss und es gibt mal ja gut die kannst du im Shop nicht nachladen oder erstmal ich denke nicht oder hat sich das jetzt vielleicht wieder aktiviert jetzt wollen wir die keinen Plan da hinten ist wieder ein Auto da gucken wir dann gleich mal weil der Raketenwerfer ist gegen diese besonders harten Gegner bestimmt hilfreich ja auf jeden Fall auf jeden Fall so wir brauchen noch Fahrzeugteile noch drei Stück deswegen müssen wir jetzt noch ein paar Vans kaputt machen weiter so noch ein paar verkohlte Banditen doch du hast ein Gefährt mit dem du die Flanschans reinlegst shit die machen uns auch ziemlich übel down hinter uns ist was Vorsicht hast du jetzt bald ein Banditen gefährt Roland steckt zwar wenn das Ding zu arg aber ich will nicht dass er länger gefeutert wird als unbedingt nötig ey woher ist denn das Teil hin das wir hier von dem anderen der hat gar nichts gedroppt ne doch 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 ein Reifen doch doch ein Reifen ein Reifen aber der ist weg ich glaube ich kann den Heli mit dem Raketenwerfer extrem schnell runter holen ich hab ihn in der Snipe einmal getroffen und jetzt brennt der okay scheiße lassen wir jetzt in dem Auto gehen wir müssen nach rechts ja dann holen wir uns mal ne neue Karre ein Reifen und äh wir bauen noch ja genau ein Teil immer wieder uns die fette Kug und das Auto zusammen basteln ich fette Kug Opa Guter hat gemeint er hängt er hängt dich auf wenn du über sie her ziehst oh irgendwas mach da einen Automaten dran fesseln und dann haut da einem keine Ahnung in den Arsch rein ich weiß auch nicht okay dann nehme ich natürlich alles zurück ein Böckchen oh ein Böckchen ein Böckchen perfekte Box Jung ich fran's schon voll auf die drauf ich hab da schon was im Visier im Visier hier es gefällt mir ziemlich gut hier dieses Umherfahren da ist unser letzter Reifen ja genau diesen Boba Fett ah ich musste einfach nur drüber fahren ich muss gar nicht aussteuern boah Achtung Achtung ah ich dachte da hatte ich Platt gefahren ich fahre ich fahre davon und wow fuck fuck scheiße hier ist ein Haus hier ist ein Haus ja Spritze hier kannst du Spritzen kaufen komm mal ins Haus rein hier ist es mal safe oh hier ist ein Spielautomat Alter die schießen durchs Haus durch siehst du das ich spiel kurz am Spielautomat hier du bist du bist komm schon tausend Punkte Alter hier sind welche drin ich dachte du bist noch hinter mir ich hab ich war grad kurz am Automaten wollte mich hochpimmeln warte ich oh du okay nice guck mal ich hab sogar was gewonnen ah komm ich spiel auch mal wo ist der Automat hier Alter Scheiß auf Grünstadt Spiele T wir spielen nur noch fuck okay das wäre fast die HE gewesen ich auch wie kostet es 150 pro ich glaub schon und oh yeah oh Iridium Alter wie waren das 5 ich hab jetzt 19 insgesamt du auch oder ich hab glaub ich bisschen mehr ja ich hab 24 fast wieder der Pistol ah das lohnt sich die ist 74 wert obwohl 150 kostes Ding dann ist es doch nicht so lohnenswert ja was ist das Kommandoskin anpassung Kommandoskin das wird mauswürgen ich habe hier noch nie mit Skins rum gespielt ich glaube aber das ist dann nicht für dich wieder also das ist für ein Kommando ach so ach so das ist die der Dingens ne wo du vorher gespielt hast ja die Rasse sozusagen ah ok so ich bin voll wir brauchen nichts mehr du scheiße ich bin echt wahnsinnig riesen echt übel ok ich bin hier ein boah ok jetzt müssen wir uns zerfispen da steht einer genau neben uns bis gleich ja rein 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 ach so du bist doch gar nicht am Leben ich bin lockdown halt an meinem Kopf fliegt so eine scheiße Mücke rum ich könnte mich vollkratzen warum kann ich nicht auf hä die Zeit ist abgelogen egal das gibt's doch gar nicht hab ich doch schon aufgehoben warum hält die Zeit da nicht an ich weiß ich weiß nicht die Poe Alter ich hab hier was gefunden Öltier ich hab was für mich für ein Assassin Assassin das kostet 1200 Punkte das macht ähm plus 2 wieder auf Lebensskill und äh maximal Gesundheit plus 64 und Gesundheitsregeneration plus 2,0 und ich hab hier noch 1 ich hab hier 2,1 für ein Team Teamgenauigkeit steigert sich um 17% aber sonst ist halt nichts drauf was hat mein anderer maximal gesendert und ah das behalte ich ach da kannst du äh bringst du ein Auto mit du äh Sponsor an so eine Autostation naja ich bin gerade dabei perfekt du Sponsor du Sponsor du Sponsor kommen sie ah da bist du schon ok auf zur dicken Bertha gleich sind sie down gleich sind sie down oh jetzt sind sie weg ich will ich will zu dem Dick Birdie so wir sind gleich da bei der dicken alten bei der fetten alten schabracke dann gehen wir mal die Ersatzteile ab und äh Boah haltet sie haben uns gefolgt was in die ach guck mal was im Auto drin steckt alter was haben die uns ok jetzt ist es weg da ist die Bertha die fette Achtung ich hab deine Karre hier fertig ein paar Modifikationen noch dann bist du startklar alter guck mal hier das ist jetzt schön zu sagen zu basteln das Auto gefällt mir ich würde sagen wir fahrens dann in der nächsten Folge an ne sie wissen schon Spannungskurve und so dann können wir das Ding immer spawnen wie geil ah das ist jetzt da drin im Automat als Spawn-Auto glaub schon jetzt ja jetzt digitalisiert quasi alter guck mal hier kann man runter da ist noch was hier sind Sachen versteckt ach ich würde noch gerne gucken ob ich Raketen nachkaufen kann an der Station die hier steht eine Sekunde glaubst das geht hm probier's auf jeden Fall mal aus ich bin mir nicht sicher wäre blöd wenn nicht irgendwie ich versuche hier grad durch zu nein aber ich hab anderen Scheiß gekauft ich hab Granatenbots gekauft die verkaufe ich noch schnell wieder das ist ein guter ich hab nur noch ich hab nur noch 8.000 ich hab nur noch 8.000 ok ich weiß es mal Bandage tactical ok alles klar dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und tschau